Hallo Fans, Kehl hat einige Zweifel geklärt, aber zunächst einmal, wenn Sie ein treuer Fan von Borussia Dortmund sind und mehr Informationen wie diese möchten, empfehle ich, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Da ich alle Neuigkeiten verfolge und sie hier aus erster Hand auf dem laufenden Halt sind, zurück zum Thema, Borussia Dortmund ist nach der Länderspielpause verschuldet. Fünf Punkte zu Beginn der neuen Bundesliga-Saison sind nicht zufriedenstellend, aber dennoch das. Beste an der bisherigen Leistung der Schwarz-Gelben Mittlerweile wird mancherorts bereits die Frage nach der grundsätzlichen Qualität des Kaders aufgeworfen, einen Paradigmenwechsel sieht Sebastian Kehl hier nicht. Der Sportdirektor, der das Amt seit 2022 innehat, sagte gegenüber der Sportbild, wir haben einen hervorragenden Ruf, wenn es um die Entwicklung von Top-Talenten geht. Ziel ist es, dass diese Jungs Spielzeit bekommen und zwar auf höchstem Niveau und nicht nur. In der ersten. Damit Sie keine Informationen wie diese mehr Flecken hinterlassen, hinterlassen Sie ein Like auf dem Video, damit YouTube weiterhin Videos für Sie teilen kann. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit Sie keine Neuigkeiten von unserem Team bemerken. Und das ist eine Umrüstung und ein Abschied. Und das ist eine Umrüstung. Und das ist eine Umrüstung.